Hallo meine lieben Freunde, das hier ist der Auftakt zu einer neuen YouTube-Reihe auf diesem Frauenfußball-Kanal und zwar Spielerinnen im Porträt. Anders als im Männer-Profi-Bereich sind die Informationen hier ja nicht so leicht zugänglich, immer ein bisschen spärlich und man muss mühsam danach suchen und den Job will ich euch gerne abnehmen. Die Nummer 1 in dieser neuen Videoreihe wird sein, also auch die Nummer 1 des SC Freiburg und die Nummer 1 der deutschen Nationalmannschaft, irgendwie logisch, dass wir heute mit meiner Lieblingsspielerin beginnen, Merle Frohms. Und wir reden hier nicht von einem oberflächlichen Check, sondern von einem Video, wenn ihr das gesehen habt, dann wisst ihr wirklich alles, wirklich alles, was es nur zu wissen gibt über die Spielerin. Dinge, die sie nicht mal selbst über sich wusste. Journalistisch, seriös, wissenschaftlich geprüft, alles erste Sahne, TÜP verifiziert und Gütesiegel obendrauf, nehmen wir alles mit hier, also holt euch einen leckeren Kaffee oder was immer ihr braucht und begleitet mich auf diesem Trip, ich freue mich. Kategorie 1, Werdegang. Merle Beata Jacqueline Frohms wurde am 28. Januar, also ihren echten Zweit- und Drittnamen konnte ich leider nicht rausbekommen oder ob sie überhaupt welche hat. Naja, wenn wir überkorrekt sein wollen, belassen wir es hier beim Erstnamen. Ist auch ein sehr schöner Name. Merle Frohms, geboren am 28. Januar 1995 in Celle, Niedersachsen. Da ist sie aufgewachsen, kann man machen, schöne Stadt, war noch nie dort, aber die Bilder, die ich gesehen habe, waren echt schön. Bei Fortuna Celle lernte sie ihr Handwerk, aber in Celle gab es scheinbar kein Fußballteam für Mädchen, also spielte sie eben bei den Jungs mit und stach auch besonders hervor mit ihrer Leistung. Und sie war auch das einzige Mädchen in der gesamten Liga, hat sie mal gesagt. So, danach durchlief sie alle DFB-Auswahlteams von der U15 bis U20. Ja, dann folgte ein kurzes Intermezzo in Wolfsburg von sieben Jahren. Wo sie im Vorbeigehen zweimal die Champions League gewann, das Triple, vier Meisterschaften, fünf Pokalsiege, für den Anfang mal nicht so schlecht. 2012 gab sie ihr Erstliga-Debüt, ist dort zu einer absoluten Top-Torhüterin geworden, trainierte mit den Besten, mit Almut Schult zusammen, besaß der VfL dann irgendwann das gefährlichste Torhüter-Duo der Welt. Solidarisch, wie man in Niedersachsen nun mal ist, wurde Frohms an den SC Freiburg abgegeben. Das war 2018. Dort wurde sie Nachfolgerin der großen Laura Benkart, die damals zu einem anderen Klub wechselte. Freiburg und Frohms, das passte von Anfang an. Eine so erfolgreiche Zusammenarbeit, dass Frohms auch in der Nationalmannschaft fleißig Punkte sammeln konnte. Im Oktober 2018 ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft. Und ein halbes Jahr später nur fuhr sie als dritte Torhüterin zur WM mit. Und wenige Wochen später dann, durch die Auszeit von Almut Schult, ein bisschen begünstigt, wurde sie zur Nummer 1 der Nationalmannschaft. Und ja, inklusive legendärem gehaltenen Elfmeter in Wembley vor 77.000 Zuschauern und eben allem, was dazugehört. Allen Privilegien und Verpflichtungen, die dieses Amt der Nummer 1 nun mal mit sich bringt. Und davor hatte sie gerade mal 8 Länderspiele auf dem Buckel. Kategorie 2 Erfolge. Die sprechen für sich U20 Weltmeisterin, U17 Europameisterin, Trippelsiegerin, viermalige Deutsche Meisterin, fünfmalige Pokalsiegerin, zweimal Champions League und zuletzt der triumphale und epische DFB-Pokalfinaleinzug mit dem SC Freiburg. Und auch natürlich, wie eben erwähnt, der gehaltene Elfmeter vor 77.000 Zuschauern in Wembley hat natürlich auch einen symbolischen Wert und ist als Erfolg daher jetzt nicht zu unterschätzen. 77.000 Zuschauer, ja, also bei DFB-Länderspielen sind es vielleicht mal 5.000 und in der Liga sind 1.000 Zuschauer ein ganz guter Wert. Außerdem steht sie im inoffiziellen Gewinnsbuch der Rekorde für das längste Headbangen bei gleichzeitigen Moonwalking. Kategorie 3 Google suchen. Also das Problem mit diesem Kanal ist ja ein bisschen, dass ich nicht wirklich Bock habe, den auf Zielgruppen zuzuschneiden, was man auf YouTube eigentlich machen sollte. Aber hier geht es eigentlich nur um das, worauf ich selber Lust habe und das mache ich einfach. Aber diesmal nehme ich ein bisschen Rücksicht auf die Zuschauer und schaue einfach mal bei Google, was die Mehrheit so interessiert, wenn man den Namen... Merle Frohms eingibt. Wollen wir einen ganz schönen langer Namen, oder? Äh... Froh... 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 Frohms, ja. So, genau. Also, Merle Frohms Gehalt, Merle Frohms Freund und ansonsten ist die Freiburg Frauen, DFB Frauen, Interview... Oh ja, normal. Naja, also Gehalt finde ich jetzt weniger spannend. Freund, das ist zu privat. Ich habe, glaube ich, mal gelesen, dass sie mit ihrem Freund zusammen wohnt in Freiburg. So viel zum Boulevardesken-Teil. Obwohl die Kategorie Privat kommt als nächstes. Und da wird es noch interessant. So viel kann ich schon mal verraten. Naja, zum Gehalt, also, ja, da weiß ich jetzt nur unabhängig von Frau Frohms, dass es bei Spielerinnen dieser Kategorie schon im Bundesdurchschnitt überdurchschnittlich anzusiedeln ist. Aber, die meisten müssen entweder während der Karriere nebenbei in einen normalen Brotjob nachgehen... Brot-Job nachgehen, ähm... Ich fange das jetzt nicht nochmal an, das ist schon die dritte Aufnahme und es muss schon eine One-Take-Geschichte bleiben. Also, Brot-Erwerb, wie ich beim ersten Mal, beim zweiten Mal gesagt habe, ähm... Wo ist dieser Stichwort-Zettel? Oh, Scheiße. Wo ist dieser Stichwort-Zettel? Genau, also, Brot-Erwerb müssen die meisten nachgehen. Und so gut wie alle müssen spätestens nach der Karriere auch sehen, wie sie das handeln, weil es nicht genug ist, um Rücklagen zu bilden. Und in Anbetracht dessen, dass Spielerinnen dieser Kategorie Weltstars sind. Ist das eigentlich ein Witz, was sie bekommen? Und im Vergleich mit männlichen Fußballprofis ist es natürlich nichts, was ist bekannt. Froms studiert übrigens Betriebswirtschaftslehre. Kategorie 4 Privat. Selbst wenn jemand so Fußball spielt wie Merle Froms, dass er damit Menschen auf der ganzen Welt inspiriert, ja... Und sowas Großes in seinem Leben erreicht, selbst dann ist diese große Leistung ja nur ein winziger Teilaspekt im Kosmos einer Person, eines menschlichen Lebens, ja... Also selbst auf sowas Großes reduziert zu werden, wird einem Menschen ja nicht wirklich gerecht. Deswegen macht es für mich immer wenig Sinn, sportliche Leistungen mit einem Menschen unbedingt verbinden zu wollen. Man weiß ja auch nie, also Marie Müller könnte privat ja theoretisch auch eine Axtmatterin sein, ja... Jawohl! Oder Lisa Kahl könnte außerhalb des Platzes eine Schusswaffe tragen, ja... Weiß ich's. Aber nicht nur Sportler, es kann zum Beispiel mir vor, dass ein Schriftsteller, den ich mein Leben lang verehrt habe, also... Dessen Arbeit mein Leben verändert hat, wirklich meine Welt ins Wanken gebracht, hat mich bewegt, geprägt und inspiriert hat, dass ich dann mal 10 Jahre später ein Interview mit dem gesehen habe und mir dachte, boah... Was für ein arroganter, unsympathischer Typ, mit dem würde ich kein Bierchen trinken gehen, wirklich. Also man kann böse enttäuscht werden. Für euch bin ich diese Woche zum Paparazzi geworden und hab Merle Froms bisschen gestalkt, aber... Sie scheint ein eher langweiliges Leben zu führen, hängt fast nur zu Hause, hier und da alleine spazieren oder mit einer anderen Person. Ihr Alltag scheint doch von einer gewissen sozialen Distanz geprägt zu sein. Haha. Nein, im Ernst, ich hab sie natürlich nur auf Instagram gestalkt. War nicht so viel los. Außer, dass er mittlerweile im einzigen Ghetto, das der Breisgau zu bieten hat, sich die Bälle scheinbar selbst gegen die Wand donnern muss, um endlich mal ein paar herausfordernde Schüsse halten zu können. An der Spitze ist es einsam, ja, so ist das. Fehlt nur noch ein Ghetto-Blaster und gute Rap-Musik, oder? Wer bitte fliegt durch die Luft, so wie Wonder Woman hält wirklich jeden Schuss und wird in diesem Song gesungen, Merle Froms... Was liest eine Merle Froms denn für Bücher? Der Lesegeschmack von Rebecca Knark oder Giovanna Hoffmann ist ja recht cool, wie man auf Instagram sehen kann. Schauen wir mal. Also, dreist von Insta hier rübergebeamt. Okay, Krimis werde ich kein Freund mehr von, weil es doch immer dieselbe Ausgangslage, nur mit verschiedenen Akteuren und Motiven. Geschmackssache halt, naja. Ich find's so trocken wie ein BWL-Buch. Oder Male-Fits. Was sind denn ihre musikalischen Vorlieben? Also, bei uns läuft eigentlich den ganzen Tag über nur Schlager- bzw. Male-Hits. Okay, ich bin dafür, dass wir die Kategorie streichen. Ich mein, privat ist doch privat. Das geht keinem was an, ja. Es gibt ja noch den Skandal. Eine skandalträchtige Schlagzeile, die sie gemacht hat in den vergangenen Monaten mit ihrem Rundumschlag und Männerfußball-Diss, der dankbar als solcher interpretiert und aufgegriffen wurde. Ich zitiere aus einem Interview, das die Welt online am 3. März diesen Jahres veröffentlicht hat. Ich hatte nie den Traum. Boah, ich will mal Nationalmannschaft spielen. Es war einfach meine Leidenschaft. Ich habe es einfach gemacht, sagt Froms. Doch Fußball ist längst nicht alles im Leben für die 1,73 große Torhüterin. Okay, hier steht auch 1,73. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Und Männerfußball interessiert sie nicht so. Ein Lieblingsverein in der Bundesliga? Nee. Ein Vorbild? Manuel Neuer vielleicht? Nee. Ob sie samstags die Sportschau verfolgt? Überhaupt nicht. Selber spielen macht mir Spaß. Aber sonst widme ich mich in meiner Freizeit lieber etwas anderem. Ja, aber ich kann es verstehen. Ich habe auch schon oft versucht, vom Fußball loszukommen. Weil ich mir auch immer denke, die 2 Stunden könnte man doch mit so viel Inhalt füllen. Zeiträuber-Fußball. Aber dieses Spiel trägt einfach eine poetische Kraft in sich, die es so nirgends zu finden gibt. Von daher, keine Chance. Froms ist einfach genial. Guck mal, das ist so eine intelligente Person. Ja, und wenn ich das gerade nochmal lese, jetzt muss ich sagen, das ist sehr wohl ein Dissert. Sie teilt hier richtig aus. Das ist nicht aufgebauscht. Das ist bewusst antidiplomatisch ausgedrückt. Nee. Ob sie die Sportschau verfolgt? Überhaupt nicht. Ja. Diese Bekräftigung mit überhaupt, die kann man sich ja eigentlich locker sparen, wenn man halbwegs diplomatisch unterwegs ist. Aber hier bekräftigt sie ihre Haltung nochmal und unterstreicht sie mit Nachdruck überhaupt nicht. Ich zitiere weiter. Erst ein einziges Mal war sie bei einem Spiel der Männer des SC Freiburg. Ihr Bruder hatte sie hingeschleppt gegen Schalke 04. Hingeschleppt hatte sie. Mit ihrem Klubkollegen Alexander Schwolo hatte sie noch keinen Kontakt, aber wir arbeiten dran. Klar, was das heißt? Die SC Frauen leben in ihrer eigenen Welt, weit weg vom Profigeschäft der Männer. Zitat. Ich verfolge es überhaupt nicht, versichert Fromms. Ich verfolge es überhaupt nicht. Das versichert sie. Ja, so kommt es auch an. Schon wieder dieses überhaupt nicht. Zitat weiter. Ich habe auch immer keine Ahnung, wer gerade wohin gewechselt ist und für wie viel. Da kann ich nicht mitreden. Zitat Ende. So antwortet doch keine, die irgendwie darüber nachdenkt, was bei wem wie ankommen könnte, was sie gerade sagt. Ja, bezeichnet eigentlich, dass man sich heutzutage so über ehrliche Antworten freut. Aber sowas gibt es gar nicht mehr. Ich meine, klar, diplomatische Interviews und so weiter, das ist ja auch professionell. Aber Ehrlichkeit und Professionalität sollten kein Widerspruch sein. Und Fromms beweist hier eindrucksvoll, dass es auch kein Widerspruch ist. Und der Subtext in diesem Interview spricht Bände. Ich feiere das. Ja, Ehrlichkeit ist ein kostbares und rar gewordenes Gut. Endlich mal kein weichgespültes Interview. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sie so vor dem Journalisten sitzt, so halb genervt, ein gönnerhaftes Lächeln, durchgerungen, mit so einem geringschätzigen Blick, den sie ihm zuwirft und ihm einfach so von einem Latz knallt. Ich verfolge es überhaupt nicht. Leute, egal, ob ihr ein zwölfjähriges, fußballspielendes Mädchen seid oder ein 50-jähriger Biker, nehmt euch diese Frau zum Vorbild, okay? So. Kurz was trinken. Kategorie 5. Stärken und Schwächen. Das ist immer so eingebildet auch. Stärken, klar. Stark auf der Linie, tolle Reflexe und Sprungkraft. Eine mitspielende Torhüterin, die auch noch den Libero quasi gibt, mit hoher Spielintelligenz, mit Führungsqualität allein durch ihre Präsenz. Sie ist weder der geborene Lautsprecher, noch macht sie irgendwelchen Aktionismus. Bei ihr ist nichts, einfach nur Selbstzweck. Hochintelligent. Sie macht nichts, um aufzufallen, aber dennoch fällt sie auf, strahlt wie ein Reaktor. Oder die Sonne, klingt ein bisschen freundlicher. Ja, sie sticht heraus und das zeigt ihre Qualität, ihre Leistung, die natürliche Souveränität, die daraus entsteht und die absolut inwendig ist. Das macht ihre Klasse aus und die Größe, die sie auf dem Platz verkörpert. In Freiburg kam sie für Laura Benkart, eine Megatorhüterin, und hat sich wirklich sehr schnell in unsere Herzen gespielt. Als Torhüter ist man ja oft die ärmste Sau, weil der Stürmer 30 Mal den Ball verstolpern kann. Aber der Held ist, wenn er dann den Abstauber zum 1-0-Sieg macht, wohingegen im Tor jeder Fehler oft zum Gegentor führt. Und Applaus bekommt man auch meistens dann für Paraden, die aber oft, ja, das sind dann oft so dankbare, halbhohe Bälle. Aber die größte Leistung bringt ein Torhüter eigentlich oft dann, wenn die Bälle flach kommen aus kurzer Distanz und es dann so aussieht, als stünde man nur zufällig im Weg, weil der Ball vom Knie oder dem Schienbein abprallt. Oder einfach zu wissen, wann man den Winkel verkürzen muss und stehen bleiben muss einfach, die Nerven behalten. Das sind oft die wichtigsten Aktionen, die Spiele entscheiden. Und Frohms ist da unglaublich gut drin, ja, sie denkt viel mit, manchmal auch zu viel. Erinnert mich eher an den Spielertypus, den Jens Lehmann so ein bisschen geprägt hat, oder zumindest dafür stand. Da lasse ich mal den Weltartikel offen, wo ist denn... Okay, ja, das macht mir ein bisschen was kaputt. Und ich wollte nämlich gleich im Video sagen, dass ich meine Hand dafür ins Feuer lege, dass Merle Frohms mal im Feld gespielt haben muss, dass man das einfach sieht, sonst wäre sie nicht so agil und quirlig. Und ich dachte gerade, ich kann mich ein bisschen profilieren, so als Pseudofachmann. Aber hier steht, dass sie auch im Feld gespielt hat. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. So eine Info gab es bisher nirgends. Ich bin aber wirklich von selbst drauf gekommen, müsst ihr mir glauben. Ja, sie ist auffallend quirlig im Strafraum, agil, wendig und wirkt eher wie ein seltener Mix aus Feldspielerin und Torfrau. Kann sich noch jemand an Takeshi's Castle vielleicht erinnern? Hallo? Dieses japanische Real-Life-Super Mario mit diesem Parcours und allem. Da dachte ich öfter schon, dort hätte man Merle Frohms hinschicken sollen und die hätte das Ding gerockt, aber sowas von. Und in dem Artikel... Entschuldigung, schon wieder. Ist mir sowas von egal, es bleibt nur One-Take-Geschichte. Und in dem Artikel, es ist noch derselbe, da sagt die Nationaltrainerin Martina Forst-Hicklenburg über sie, Zitat, Sie ist eine spielende Fußballerin, die sich etwas zutraut, eine Torhüterin, die auch mit dem Ball am Fuß unser Spiel schon entwickeln kann. Gleichzeitig nimmt Forst-Hicklenburg sie auch in die Pflicht. Ich erwarte von Merle, dass sie sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes durchaus als Nummer Eins jetzt auch positioniert. Was soll das denn heißen? Keine Ahnung, soll sie Lisa Schmitz des Essens Geld wegnehmen? Oder... Ich zitiere weiter. Almutschuld äußert sich ähnlich. Sie muss vielleicht noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auf dem Platz entwickeln. Sie sollte mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben, denn eigentlich kann sie sehr, sehr viel. Mal die Wolfsburgerin Martina Forst-Hicklenburg und Almutschuld sind ja Ikonen, denen ich nur ungern widersprechen möchte. Aber das stimmt so nicht. Merle Frohms ist eine komplette Torhüterin. Was außerhalb des Platzes ist, entzieht sich meiner Wahrnehmung. Aber auf und um den Platz herum braucht sie sich kein bisschen verändern. Vor zwei Jahren, da gab es vielleicht noch Spielraum, da gab es noch Luft nach oben. Aber in den beiden Freiburger Jahren, die ich sehr intensiv verfolgt und beobachtet habe, also sie auf dem Platz, die Frau strahlt zu 100% Selbstbewusstsein aus. Man darf Extrovertiertheit nicht mit Selbstbewusstsein verwechseln. Ein Torwart, der viel rumschreit, muss schon extrem gut sein, was Almutschuld zum Glück ist. Ansonsten schießt er sich ein Eigentor, wenn er mal eine schwierige Phase hat. Oder er schüchtert die Abwehr ein und verunsichert sie zusätzlich. Oliver Kahn war mein Held, er war und ist der Größte, alles klar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vorderleute danach dann mit Jens Lehmann irgendwie verunsicherter waren. Der hatte eine andere Art von Autorität ausgestrahlt. Das war ein Ruhepol. Er war nicht nervös und so wurden auch die Vorderleute nicht nervös. An seiner Klasse und seiner Coolness gab es keinen Zweifel. Und nur weil jemand im Interview die Augen vielleicht mal schneller bewegt als andere, ist das kein Indiz für Unsicherheit. So sieht Nachdenken aus. Allerdings ist dieser Artikel mit den Zitaten auch ein halbes Jahr alt. Und Froms Karriere geht ja sowas von durch die Decke. Also das wird ja auch nicht mehr aktuell sein. Fällt mir gerade ein, ja. Also das werden MVT und Schuld heute wohl auch anders sehen, denke ich mal. Froms ist halt eher die natürliche Lichtgestalt. Sie ist keine, die diese Führungsrolle braucht. Sie braucht niemanden. Nicht das Blitzlicht, nicht die Journalie, nicht die Fans. Und das sind, denke ich mal, eher lästige Begleiterscheinungen, habe ich so den Eindruck. Eine Strafe dafür, dass das, was sie mit Leidenschaft betreibt, dass sie das eben auf Weltklasseniveau stattfindet, auf einer Weltbühne. Und sie ist bei sich. Sie weiß, was sie will und was sie kann. Macht ihr eigenes Ding und ist stark genug, andere ihr Ding machen zu lassen. So kommt es jedenfalls an. Und sie ist authentisch. Ihre Strahlkraft kommt von innen. Ist nichts Aufgesetztes. Eine starke Person in sich ruhend. Es gibt ja diese Autoritäten als Spieler, die dafür leben. Und das ist sie nicht. Das ist jetzt eine kleine pseudopsychologische Analyse, die aber durchaus Sinn macht, weil sie um die Spielerpersönlichkeit geht. Und die kann man durchaus oberflächlich nur durch Beobachtungen analysieren. Ob man Recht hat, ist natürlich eine andere Frage. Hier ist noch was aus einem anderen Artikel. Irgendwie ja. Jetzt sehen wir mal, wie es ist, wenn nicht die laute Stimme von Schuld über den Platz hallt und sie deren Selbstbewusstsein und die Erfahrung aus 64 Länderspielen hinter sich weiß. Frohms ist zurückhaltender in ihrer Art und zeigt bisher weniger den Drang, sich so stark in den Spielaufbau einzubringen wie Schuld. Nun rückt Frohms erneut in den Fokus. Als Jüngste kann sie jetzt schon zu einer starken Nachfolgerin von Schuld aufgebaut werden. Dass die Wahl auf sie gefallen ist, liegt aber auch an ihrem fußballerischen Können, das freilich gegen schwächere Gegner in der Qualifikation zuletzt noch nicht gefordert wurde. Merle muss grundsätzlich erstmal in ihre neue Rolle mit all ihren Anforderungen hineinwachsen, sagt DFB-Torwarttrainer Michael Fuchs. Cooler Typ. Schwächen. Muss ich darauf eingehen, auch als Fan. Und ich würde sagen, für einen Keeper ist sie recht klein. Ja, und meinen Kiefer bricht sie ein 2, wenn sie das hört. Ne, wie sich das anhört. Für einen Keeper ist sie recht klein. Das kann man auch besser formulieren. Ja, aber es ist so, die Lufthoheit hat sie jetzt nicht wirklich immer. Ja, auf der Linie perfekt. Im Spielaufbau auch alles super, aber natürlich durch ihre geringe Körpergröße ist es ihr Schwachpunkt, die hohen Bälle. Also wenn ich mich an Fehler erinnern kann, dann waren das immer hohe Bälle, die sie aus der Luft pflücken wollte, was dann auch oft misslang. Aber diese vermeintliche Schwäche lässt auch wiederum eine Stärke hervorblitzen, nämlich Mut. Denn bei den hohen Bällen gelingt ihr eben auch sehr viel, weil sie einfach nicht davon zurückschreckt. Sie hat sich in der Vergangenheit jetzt nicht versteckt, sondern sich auf genau diese Art verbessert. Denn wir reden hier wirklich von einer sehr geringfügigen Schwäche. Sie ist die zweitkleinste Torhüterin der Liga. Nur Maike Kemper von Duisburg ist als einzige etatmäßige Nummer 1 mit 1,71 noch kleiner. Die hatte aber jetzt nur drei Einsätze diese Saison. Daher kann man schon sagen, ist Froms aktuell die kleinste Torhüterin. Zum Vergleich, die Nummer 2 in Freiburg, Lena Nuding, Top-Torhüterin, ist 1,84. Almut Schuld ist 1,80. Angerer war 1,75 oder ist es immer noch? Aber in dem Weltartikel wurde Froms größer mit 1,73, oder? Ja doch, mit 1,73 angegeben. Bei Wikipedia steht auch 1,73. Auf der Seite der Liga auch. Aber auf der DFB-Seite steht, sie wäre 1,75. Warum setzt der DFB solche Fake News in die Welt? Naja, ich verrate es keinem. Sie ist kleiner als die meisten Feldspielerinnen. Von ihrer Spielerpersönlichkeit eher introvertiert, was aber nichts Negatives sein muss. Ich habe es ja schon mal gesagt, wenn Torhüter anfangen zu gestikulieren und rumzuschreien und versuchen davon abzulenken, dass das Gegentor gerade auf ihre Kappe ging, dann ist es meistens ein Zeichen von Schwäche. Es ist aber ein Zeichen von Stärke, im richtigen Moment auch die Klappe zu halten und es auszuhalten, dass man gerade im Fokus des Gegentors stand und als letzte Frau damit in Verbindung gebracht wird. Wer das nicht aushalten kann, darf nicht ins Tor gehen. Frohms ist so gefestigt als Spielerpersönlichkeit und auch so intelligent, dass sie genau weiß, in welchen Momenten sie als Antreiberin und Dirigentin gefragt ist und wann eben nicht. Und wenn du eine junge Abwehr vor dir hast, dann ist es natürlich auch super kontraproduktiv, wenn du als Torwart quasi den Job der pöbelnden Gegner-Fans in vorderster Reihe übernimmst. Merle Frohms ist der Boss. Muss ich hier nicht erklären, warum. Das wird jedem klar sein, der auch nur ein Spiel gesehen hat. Und hinter dem Ganzen steckt einfach unglaublich viel Arbeit. Niemand wacht morgens auf und geht Merle Frohms like aufs Feld. Das ist die Erfahrung der Schlachten, die du schlägst. Wenn du schon in jungen Jahren auf hohem Niveau spielst, um Titel spielst. Frohms mag eine introvertierte Spielerpersönlichkeit sein, aber ist eine in sich gefestigte Person und ist einfach zu sehr Boss, um Leader zu sein. Die Leader, die das für sich auch brauchen, Leader zu sein, die sind zwar nützlich, aber das ist ja keine wirkliche Stärke, sondern eher eine Schwäche, die sie damit kompensieren. Das ist also nicht negativ gemeint, sondern es zeichnet Frohms aus, dass sie ist, wie sie ist. Und wer dahin will, wo sie momentan ist, der muss sich anpassen, sich das aneignen, sich das erkämpfen. Und wer ihre Entwicklung allein jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen hat, das ist eine enorme Entwicklung gewesen. Freiburg war und ist genau der richtige Ort, wo da hat sie eine junge Abwehr vor sich. Und wenn du eben keine extrovertiert veranlagte Spielerpersönlichkeit bist und dich da hinstellst, mitten ins Auge des Sturms, wo du Einzelkämpfer bist gegen alle und gleichzeitig noch Führungsspieler bist, das ist groß, richtig groß, ja, Frohms ist der Boss. Aber es ist eine Sache, selbstbewusst zu sein, zu wissen, was du kannst und die andere, dieses Selbstbewusstsein anderen überzustülpen und sie damit mitzureißen. Souveränität heißt auch im richtigen Moment, kein Lautsprecher zu sein. Und die Vorderleute merken, ob du authentisch bist, ob sie sich auf dich verlassen können. Hier und da mal an der falschen Stelle rausgegangen oder sich ins Getümmel gestürzt, um den Ball zu pflücken und grandios gescheitert. Ist sie manchmal, ja. Aber diese Fehler kannst du an einer Hand erzählen. Und ich habe sie oft, gerade in diesen seltenen Momenten, besonders bewundert für diesen Hut. Und hinterher habe ich sie auch nie sagen hören, andere waren schuld, die Abwehr hat mich heute im Stich gelassen. Und auch nicht, ey, boah, das war heute echt alles meine Schuld, so habe ich sie wirklich nie erlebt. Sondern immer Haltung bewahrend, sachlich bleibend, scharf, analytische Nachbetrachtung. Du triffst mutige Entscheidungen und dann, Entschuldigung, frisst du die Konsequenzen und gehst weiter. Und so wirst du Merle Frohms, so wirst du groß und wächst daran. Es ist einfach bewundernswert, wie sie ihre heftige Sprungkraft einsetzt und schier unmögliche Dinge da oben in der Luft veranstaltet, ja. Ja, Schwächen, forget it. Krimis und Malle-Hits, das sind ihre Schwächen, ja. So, was kommt jetzt? Ah, oh ne, okay. Kategorie 6, bei der Geburt vertauscht. Ich dachte, nehme ich mit rein die Kategorie. Manchmal finde ich es witzig, aber ob das hier so eine gute Idee ist, wird sich zeigen, ob wir das beibehalten. Bei der Geburt vertauscht, okay. Schauen wir mal. Ah, okay. Lena Latwein, Übereinstimmung 40%. Naja, ist jetzt nicht so. Okay. Okay. Wonder Woman, ja. Übereinstimmung, schon besser. 65%. Wow, okay. So. Warte, warte, warte. Ja, genau. Haha, Supergirl. Übereinstimmung 100%. So. Naja, okay. Das war ja spaßig. Kategorie 7, Zukunft. Ich hoffe, sie bleibt noch in Freiburg, einfach für ihre Entwicklung, aber ich weiß nicht. Ein Jahr hat sie noch Vertrag, aber das wird nichts. Also im Sommer wird sie kaum zu halten sein, denke ich mal. Ich tippe auf England oder Frankreich. Was natürlich blöd wäre, weil wir dringend natürlich auch die Liga stützen und hochbringen müssen. Andererseits nicht nur Wolfsburg und Bayern. Also, schwierig. Es wird alles ein bisschen ungleicher werden, möglicherweise. Aber Wolfsburg, dass sie da hingeht, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und Bayern auch nicht. Wolfsburg? Nee, oder? Ich meine, wenn Schulz zurückkommt, dann wäre das ja wirklich ein Eigentor. Also, zwei Giganten für eine Position zu haben, von denen einer auf die Bank muss. Und beim DFB wird es auch spannend. Bei Almut Schulz Rückkehr, die ist ja jetzt auch noch ein paar Jährchen älter. Und wird natürlich auf jeden Fall beerbt werden von Frohms. Die Frage ist eben nur, wann. Ja, Frohms war bisher schon auf Augenhöhe und wird jetzt, denke ich mal, garantiert nicht schlechter werden durch die Spielpraxis. Auch in dieser Rolle. Die letzte Spielerin, von der man eigentlich annehmen würde, dass sie ihr Ego über das des Teams stellen würde, ist auf jeden Fall Merle Frohms. Und nach allem, was man hört, ist sie eine loyale Spielerin und Person, pflichtbewusst, ein Top-Profi eben. So von daher, ja, wir müssen langsam mal vorankommen, oder? Wie lange geht das Video schon? Und ja, aber der Konkurrenzkampf, wenn man ihn so nennen will, wird da, denke ich mal, schon sehr kollegial und positiv geführt. Ich habe auch neulich ein Kurzinterview mit dem DFB-Torwarttrainer gesehen auf YouTube vor ein paar Tagen. Und ja, was soll man jammern? Das ist nun mal das Los der Torhüter. Es kann nur eine geben, das ist auch der Grund, weshalb der große Oliver Kahn nur eine Weltmeisterschaft gespielt hat. Weil er das Pech hatte, jahrelang Andi Köpke neben sich zu haben und später Jens Lehmann. Ich muss auch sagen, dass ich finde, anders als im Verein, dass es in der Nationalmannschaft eigentlich keine klare Nummer 1 geben muss. Ja, aber während im Turnier vielleicht schon. Und Altmut Schuld auf der Bank ist auch ne kranke Vorstellung, oder? Das wäre Wahnsinn. Ja, Frohms auf der Bank, aber genauso. Das ist das Dilemma. Stoppt die Show, stoppt alles. Kein Witz. Ich hab dieses Video vor einer Stunde ungefähr aufgenommen und kein Witz. Fünf Minuten danach lese ich auf Facebook auf der Seite von diesem Frauenfußballmagazin. Wie heißen die? Fem Eleven? Oder? Ne, ne, wie heißen die? Er ist ja auch egal. Musste ich lesen. Merle Frohms wechselt zum ersten FFC Frankfurt. Okay. Da dachte ich, mach ich mal das Mikro an. Dann haben wir eine Live-Reaction darauf. Das tut weh. Es tut weh, wirklich. Es kommt nicht überraschend, aber nützt einem nichts. Man ist nicht drauf vorbereitet. Ja, okay. Zum ersten FFC Frankfurt. Glückwunsch. Merle Frohms auf jeden Fall. Ja, ich gönne es ihr. Es war ja klar, dass sie geht. Natürlich, die Frankfurter sehe ich eigentlich auf Augenhöhe mit dem SC Freiburg. Andererseits weiß ich auch nicht, was sich bei denen alles ändert jetzt nach der Fusion mit Eintracht Frankfurt. Ja, aber selbst wenn es nur finanzielle Gründe hätte, wäre das absolut nachvollziehbar, weil sich ihr Marktwert natürlich extrem gesteigert hat seit dem letzten Vertrag. Das ist ja logisch, nachvollziehbar, folgerichtig. Aufgrund der Umstände jetzt aktuell, ich brauche sie nicht benennen, war sowieso klar und nicht mehr damit zu rechnen, dass sie nochmal im Freiburger Trikot auflaufen wird. Das ist traurig. Komm, positiv ist immerhin, dass Frankfurt sogar ein kleines Stückchen näher von hier ist, als Freiburg, also da werde ich mir schon das ein oder andere Spielchen ansehen, aber ist natürlich nicht dasselbe. Es schmerzt, aber der Fansupport wird damit ja nicht enden. Was habe ich vorhin gesagt? Konsequenzen fressen und weitermachen. Das habe ich von meinem sportlichen Vorbild Merle Frohms gelernt. Und hey, im weiteren Verlauf ihrer Karriere wird ihr Name immer untrennbar mit dem SC Freiburg verbunden sein. Und spätestens im dritten oder vierten Satz, so wie bei Olli Kahn und dem KSC, da ist das ja auch so. Weil sie eben hier den endgültigen Durchbruch geschafft hat. Aber irgendwie falle ich immer aus der Neutralität raus, oder? Jedenfalls dachte ich mir, da nehme ich Kategorie 8 nochmal auf. Fazit. Merle Frohms ist eine eher mittelmäßige Torhüterin. Nein, nein, natürlich nicht. Im Gegenteil. Eine tolle Spielerin von Format, von Charakter, auf Weltklassenniveau. Super sympathisch, großes Vorbild und Inspirationsquelle für so viele. Frohms ist eine der großen Heldinnen unserer Zeit im Fußball. Eine Botschafterin in aller Welt für diesen Sport. Auch für Sport insgesamt, für unser Land, für den Verein und die gesamte Menschheit. Das mit der Menschheit war zu dick aufgetragen. Ich habe mich mitreißen lassen, aber der Rest stimmt zu 100%. Und wer das anders sieht, der soll bitte diesen Kanal abonnieren. Nur um ihn danach aber sofort zu deabonnieren. Und der hat sich auch in Zukunft bitte von diesem Kanal fernzuhalten. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal und verpasst so kein neues Video über die Frauenbundesliga. Ich werde mir Mühe geben, die Professionalität ein bisschen zu steigern. Aber solange ich den Content, den ich als Fan gerne sehen würde, nicht im ausreichenden Maß finden kann, muss ich ihn eben selbst produzieren. Und so lange wird es diesen Kanal auch geben. Unabhängig von der Reichweite. Ich habe gerade erst angefangen. Im Moment trägt es natürlich noch ein bisschen zu sehr meine eigene Handschrift. Ich mache halt nur das, worauf ich selber Bock habe. Zum Beispiel Clara Bühl-Song am Laptop aufnehmen oder sowas. Wie heute. Einfach mal ein bisschen über Merle Froms quatschen. Ich fände es auch cool, wenn die Liga wieder losgeht, vielleicht einen wöchentlichen Livestream zu machen oder sowas. Vielleicht hat jemand ja Bock mitzumachen. Bald kommt noch ein Video zum Algarve Cup und vieles mehr. Tschüss.